Dann kannst du, Kürbiskopf, dich um die da kümmern. Du bist ja schon wieder gemeint zu mir. Dabei bist du so schwach. Na, da schlackern dir die Knie, was? Oh, das ist ein Ende. 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 Hast du Blödheit gefrühstückt? Du hast es geschafft. Boo ist sehr wütend. Jetzt weiß ich endlich, wie ich dich beseitigen kann. Du Fettwarnst. Die Mühe hast du umsonst. Ich werde dich einfach pulverisieren und anschließend deine Asche in alle Welt zerstören. Nicht so große Töne. Ich weiß jetzt einen Weg, dich zu besiegen. Oh, was? Oh nein, oh nein. Doch mein Rosa-Bumms-Köpfchen. Hier, du Arsch! Um ehrlich zu sein, hier blickt keine Sau mehr durch. Kommt nicht so blöd, du Trottel. Ich hab dich was gefragt und du wirst mir gefälligst eine Antwort geben. Gibt's doch nicht! Ja, 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 ja Aber nicht mehr lange.